was geht Leute herzlich willkommen bei der dritten Folge von mhm hey zusammen forsever bei der dritten Folge von Pasi vs. Flo ah blöd ich wollte vom Server gekickt oh bist du schlecht Pasi oh jetzt bin ich der Host eh jetzt muss ich suchen scrollen 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 ich hab'n gewonnen Pasi, ernsthaft muss ich irgendwas klingen? ich halte die Steuerung nicht ah es geht los was muss ich machen? oh nein du bist kaputt hey ich weiß gar nicht was ich drücken muss das ist schon fair du musst, guck mal das wird angezeigt der Pinke ah mit der Pai-Taste jah ja ja ich bin ja langsam ich umkreise dich jah aber kann ich auch jetzt zwischendurch? ah das ist gegen die oh mein Gott Ja! Ey! Du spielst Unfair! Nein! Was hab ich jetzt gekriegt? Nein! Nein! Wer hat gewonnen? Nein, du hast gewonnen! Du hast die Runde gewonnen! Skill! Oh Mann! Gibt sie das bloß nicht? Nein! Wer hat gewonnen? Wer hat gewonnen? Ja! Ja! Wie unfair! Ey, Mann! Was ist das für... Wer hat dieses Spiel erfunden? Alter, hau ab, Mann! Ich hab mal... Ich hab grad den Sound leiser gedreht, Mann! Hab den Sound vom Spiel leiser gedreht! Mann! Unfair! Ja, das war viel zu laut! Geh weg! Ha, ich hab hier eine... Was ist das? Es geht da jemand nicht rein! Guck mal, was jetzt... Was? Alter! Das ist... Geh bon, ey! Wir gehen viel zu langsam in die Kurve! Ey, das ist doch wahr! Das ist... Das ist Timing, Florian! Ich werde dich jetzt killen! Wow! Jetzt spielst du mal viel größer geworden! Geh weg! Nein! Was mach ich da? Oh, scheiße! Ey, wir haben ja auch voll die Zackling, ne? Inwiefern? Das war ironisch! Achso! Guck mal, was ich jetzt... Guck mal, was ich jetzt mache! Ich mach jetzt Schildkröze! Ui! Schildkröze ist voll gut eigentlich! Ich hab ein Sperma! Das sieht ihm auch nicht so aus! Doch, das ist Sperma! Was hast du denn gemacht? Eine Schildkröze? Ey, guck mal, Flo! Hä? Alter, was ist das hier? Ey, jetzt bin ich dick! Boah, das ist assi! Ey, ich hab ein Fuzzy! Ey! Willst du noch dicker werden? Will ich jetzt noch... Oh Gott! Ich wurde grad dünn! Hier! Alter, was will ich nicht glauben, Scheiß! Boah, bist du fett, ey! Was, ich kann doch jetzt hier durch, oder? Ja! Ja, Mann! Skill! Leute! Nein! Wo ich erst gestartet... Oh, wo ich wieder gelang... Oh, ne, das war so... Das war gemein! Also, das ist ja... Ein eindeutiges Spiel, würde ich sagen! Ja! Hey, ich hab noch dämling! Oh, Mann! Ein Kreis! Alter! Ja! 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 Guck mal... Ich bin fett! Oh! Der war ja gut verliebt! Ja! Was ist denn jetzt? Fett! Okay! das problem ist dass das obere ein bisschen abgeschnitten ist es tut mir ein bisschen aber noch ein bisschen die machen mich langsam und das in der mitte bringt das dass man durch die wand kann nur durch die wände nicht durch die sku ich habe es nicht mehr ab du hast ja auch mal ernst wenn das mussten Prozent der Fall sein wir machen danach eh noch eine Runde aber jetzt müssen wir auch mal langsam ernst spielen jetzt auf ihr hast das spiel gefunden felix bei die falsche richtung falsche richtung war das ich wollte dir eine mauer bauen ich bin gut das ist knapp gut holen guck mal ich bin langsamer das macht das macht dich jetzt doppelt langsam aber jetzt höre ich mir das wall hack ding an alter nein 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 guck mal du hast genau als ich da war war dein loch nein 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 das war übelst lakke das war skit oh yeah was ist das hier nochmal was denn Diese drei Kreise, was bringt die noch mal? Oh nein! Genau, wo ich genau wieder starte, Alter! Fuck, ey! Alter, was ist das für ein Spiel? Ja! Siegt! Wow, ich bin so stolz auf mich! Okay, wir sehen uns dann in den nächsten Folgen wieder. Bis dahin! Bye! Sag bye! Sag bye! Bye!